Das Metall, zack. Und Metallformer. Es geht recht gut. Das muss ich wirklich sagen. So. Das ist die falsche. Wieder. Zack. Hm. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Seid ihr das auch? Ich weiß es nicht. Deshalb, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Ach ja. Nein. Ähm. Aber da ich darauf sowieso nicht antworten kann, ist das vollkommen irrele- Irre- 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 Irrelevant. 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 Irre- Irrelevant. Ja. Nein. Falsche. Keine Engel. Die. Falsch. Super. So. Einmal kurz ausstellen. Und ich möchte mal gucken, ob das auch so funktioniert. Oder ob das Teil dann in die Luft geht. Sieht gut aus. 220, aber stabil. Sieht auch gut aus. Schön. Oh. Das war jetzt natürlich schlecht. Aber es ist alles stabil. Und wenn das kaputt geht, dann werden die beiden alleine von denen geschützt. Super. Weg mit dem Uran. Ich möchte das nicht in der Hand haben. Und alles Uran in die Hand nehmen. Ach, tut mir leid. Aber wieso verarbeite ich das nicht direkt? Warte mal, was passiert denn, wenn ich acht Uranium teile in den Kompressor tue? Okay, das kann ich nicht mehr. Früher ging das mal. Macarator geht auch nicht mehr. Schade. Aber das Ding näht sich jetzt auf. Wie geil ist das denn? Allein, weil das Ding da hinten schon 35 Ticks per EU macht. Nein, EU per Tick. Ähm. Ähm. Wie setze ich das nochmal zusammen? Also jeder gibt 5. Jeder gibt 5. Aber gleichzeitig werden noch dem anderen die Nachden 5 gegeben. Das bedeutet, das sind 15 plus der gibt den 5, der gibt den 5, das sind 10, das sind 5. Ja, okay. Und wenn ich jetzt noch einen weiteren anschließen würde, das wären 20 plus 15. Das wären 50 Ticks per EU. Nein, EU per Tick. Boah. Energie. Energy Units. Klar. Streber. Auf jeden Fall. Komm, beeil dich mal ein bisschen. So. Als nächstes. Was mache ich als nächstes? Gute Frage. Zack. 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 Na? Ähm. Als nächstes kümmer mich, mich auf jeden Fall mal. Oh. Ich verstarrt schon. Das wäre zu wenig. Kümmer ich mich auf jeden Fall mal um. Mein Haus. Denn. Das muss ja jetzt arbeiten. Ah, genau. Ich brauche noch eine Pattern. Eine Pattern. Pattern Storage. Genau. Okay. Reinforced Stone. Advanced. Advanced Circuit. Mining Laser. Ja, natürlich. Also, ich brauche drei Advanced Circuits. Ich brauche Crystal. Ich brauche Reinforced Stone. Und ich brauche noch zwei. Crystal. Nein, die werden aus vier Diamanten hergestellt. Also, ich brauche noch acht Diamanten. Und, äh, noch so ein bisschen anderes Zeug. Die habe ich zum Glück noch. Reinforced Stone habe ich noch. Was brauche ich noch? Äh. Crystal Manories. Habe ich jetzt nicht. Advanced Machine Casing. Habe ich jetzt auch nicht. Könnte ich aber bauen. Ich, äh. Fang am besten, sobald die hier fertig ist. Fange ich mal mit dem... Meinen an und setz... Nein, ich kann... Ah. Ich muss hier noch mein Glas hier rausholen. Hallo. Ich habe hier noch Glas drin. Genau. Ich mache mal ein bisschen für mein Haus. Ich habe jetzt so viel gewartet davor. Ich bin so ein Typ, der einfach nur vor so Sachen steht und denen zuguckt. Und, äh, ich finde das voll faszinierend, wenn man so einen Download... Boah, ich saß als Kind, als ich so einen Download zugeguckt habe, die ganze Zeit davor und habe mir gedacht, ja, äh, wer ist jetzt schneller? Ja, und, äh, ich hasse das... Ich war verrückt davon, äh, von sozusagen vor Downloads zu sitzen oder irgendwie so Fortschrittsanzeigen. Boah, die liebte ich sowas von... Man kann es nicht glauben, aber ja. Noch 20 Stück, oder? Ja, also noch 5 Mal rumgehen. Fortschrittsanzeigen. Wird wahrscheinlich jetzt überhaupt keiner mehr machen. Kann ich auch. Nein. Schade. Hm, früher hatten wir... Wir hatten früher eine... Ich glaube eine 100er-Kilobit-Leitung. 100er-Kilobit? Kann das hinhauen? 150... Nein, 100 Kilobit... Nein, 50 Kilobit kamen auf der einen Seite raus. Das bedeutet, es war eine, ähm... Na? Rechne mal ein bisschen. 400er-Leitung, genau. Eine 400er-Leitung war das. Boah. Das dauerte so lange, bis man irgendwas runtergeladen hat. Allein schon, um so eine Internetseite aufzurufen. Dieser Fortschrittsbalken da unten dran. So. Hab ich... Was hab ich denn noch? Ein Block. Gut. Zack. Das war schon. Hallo? Mach den Block doch wenigstens voll, wenn du schon dran bist. Es war schon irgendwie witzig. Diese... Kilobit-Seiten. Ja, jetzt hat man ja... 150.000er-Leitungen oder sowas. Da... Läuft das Ganze um einiges schneller. Ah, das hat jetzt aufgehört, weil ich zu viel Uran da drin hatte. Ja, natürlich. Na ja, zumindest läuft das. Also wenn ich das so weitermache, nach oben... Kann ich ja noch einmal machen. Dann habe ich dann so eine 50-Tick... Scheiße am Laufen. Ja, 50-Ticks mal eben so. Das ist schon was. Ja, ich brauche ja mein Die. Da habe ich es ja. Boah, ich bin manchmal total verwirrt, was ich machen möchte. Ich brauche mein Jetpack. Nein. Jetpack. So. Jetzt habe ich zwar keine Hosen an, aber... Egal. Komm, fliegt da durch. Und was? Wie viel? Eins. Drei mal vier, zwölf. Dreizehn. Gut. Dreizehn brauche ich noch. Das kann ich mal eben so machen. Das sind 14. Das müsste passen. So. Einmal noch mal ins Bittchen. Hallo? Ich muss doch jetzt eigentlich schlafen können. Ha. War nur zu früh. Gut. Gut. So. Lauf raus in die unendlichen Weiten. Na. Ups. So. Ah. Erstmal im Auge kratzen. Und dann... Ah, ich dachte, das wäre eine Spinne. Zack, zack, zack und zack. Passt sogar genau. Ich kann wieder rechnen. Ha, ha, ha. Äh. Ja. 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 Ja.